...das Min, das sie uns gesagt hat, wann und wo der Geld... Sag mal, wozu brauchst du eigentlich das ganze Zeug? Wir machen jetzt einen kleinen Ausflug. Wenn ich genau meine Anweisungen hält, passiert dir auch nichts. Ich wollte noch mal mit dir reden. Stell dich nicht so an, Tussi. Go! Achso, natürlich. Jasmin, fällt er dir ja wieder ein? Was ist es, spring? Und... Oh, fahrt ihr denn? Misser hat sie mitgenommen. Los, beweg deinen Arsch! Setz dich! Sie kann durch ihn nicht liegen bleiben. Ich bin ja nicht lebensmüde. Die Rest von der Reihe 2 bis 5 auf die linke Seite. Ja, los, 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 los! Los, bewegung! Wow! Wie Sie wollen. Ich kotze Ihnen alles voll. Ich sag's Ihnen.